Wenn er ein scheiß Hamster ist. In dem Ninja-Anzug. Ich mag unsere Gegner nicht. Keiner mag unsere Gegner. Allein schon, dass Yivi den Skin hat. Ist schon zu viel. Ist schon zu viel. Ich mag den Duxlein. Ich mag den Duxlein Skin nicht. Buh, Duxlein Pfeife. Pfeife! Und ein Nazi. Vergiss des Nazi nicht. Und ein Anti-Semit. Was laberst du? Hä? Ich geh doch nach sehr. Ja und? Willkommen dich! Alle den Nautilus. Na 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 lá na 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 auto los! Ah yeah, ah yeah, ah yeah. I got this. Ah yeah. Zieh vom Wort. Zieh. Zieh! Komm meine Busch, 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 Busch. Damit er weiter hinter ist. Komm, Mann, oh, Mann! Du, der hat mich abgelöst. Aber einfach wieder alle weg. Ach du Kacke, Alter. Ist lustig, weil er grad der Dufer ist. Wirklich? Ja, er lockert noch mehr was an in dem scheiß Busch. Okay. Schau, was der schreibt. Ist der Lava da, Alter. So war es ja, der wäre schnell in die. Oh, Headshot. Multigill. Du weißt das ja. Kann mal jemand irgendwie den Busch laden? Der steht bestimmt in der Ecke. Nein. Oh, Cannon. Nein. Das funktioniert erstaunlich gut. Das ist wahre. Später machen wir's umgekehrt. Ja, ich glaub's auch. Blitzcrank ist ja den Blitzcrank. Nein, Alter. Der S fühlt sich nicht einfach her. Oh, der Liga lebt. Ich bin jetzt so ein Sein an ihren Speer. So, irgendjemand macht einfach mein Stun. Hast du? Dann bist du irgendwann. Irgendjemand macht einfach mein Stun. Jetzt töte den Hurensohn halt. I got this, nah, derhla-la-la-la-la-da-daだos! Bring in hier und down. Die hier. Das sind die Nauzyplösse. mmh, der제 Passiv... immer. Ja? A K I N G E N E I N E I N E K I N E A N Er weil er es kann und weil wir eben alles hier so Sex mit ihm haben. Was? Mano! Der hat Sex mit dem Duck. Was ist denn da los, Mann? Ja, macht mal cool! Ich find immer noch cool. Wir sind immer noch cool. Der Mama ist cool. Fick dich, Amumu! Immer wieder, wie er genau in der richtigen Sekunde nach hinten gelaufen ist. Ja was? Ja was? Der Gears ist genauer ausrechnen. Oh! Ausrechnen und bei mir ist einfach... Oh yeah! Ich kundze die Diplomatie. Ach so, ok. Ich mach die Diplomatie, Mann. Seh doch diese Augen an! Da meint Duplomatie. Was, wie die Augen, ganz, 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 ganz... Nein, du sollst dich nur anschauen. Da tanzt niemand. FANNNN! Gottverdammt! Wie kennhaft. Das ist zu wunderbar. Nein! Du kleiner Pisser! Hä? Kennen war nicht in meinem Stinks drin. Jetzt kenn ich den Kennen aber gar nicht. Ja, so kennen wir den auch nicht. Sie kennen kennen gelernt haben, wisst ihr das noch. Da war einfach nur ein kleiner Ninja Zwerg. Bei unserem Kennen beleiten. Ich kenne den gerne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott, war ne Scheiße. Gott, war ne Scheiße. Alter, der Grip war sauber. Aber das ist mein Geld. Er war ne ganz trocken. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Das ist halt so behindert, wisst ihr das? Was? Also... Also... Dreh ich mal 7 zu 0. Ja, ich mach's dir, ich hab' dir gesehen. Das ist meins. Nimm's dir einfach, nimm's dir einfach. Ich hoffe, es war's dir wert. Super. Oder soll ich mal anfangen? So, ist ja die Börse. Nein! Du bist mein Scheiß! Echt? Das ist meins! Nee! Du kannst die Sündere nehmen. Das ist jetzt auch da. Das ist jetzt auch da! Halt die Schnauze! Walde, Blaume! Du bist ein Blau für mich. Ich weiß, niemand ist! Ich weiß, niemand ist! Ah, Mumu, oh! Nein, noch hinterher 6. Es wird hässlich, wenn der Level 6 ist. Ich will ihn aus, dass ich graben. Zauber. Du Scheißwasser, ey! Ja, wie schmeckt der das, hä? Es ist immer noch im Weglaufen! Bitch. Totally verdient! Ich habe einen Gegner getötet, weil ich Nautilus bin und geil. Ich hab den Gesicht gepisst. Nautilus. Hä? Der hinterher ist noch nicht einmal da, Mensch! Oh! Ich hätte den gar nicht erwischen können in dem... Du bist ne Pfeife, Leru! Durchstandsmodus, oder? Kann es sein? Kann es sein? Nein! 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 Können wir einfach mal durcheinander zu reden! Nein! Können wir nicht! Wir wärst mir nicht! Also Vorkömer ist ne schöne Söhne! Ja, das stimmt! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Alter, ihr wisst mir gar nicht, was mir gestern in der U-Bahn passiert ist! Wir können gar nicht in der U-Bahn fahren! Alter! Er lügt uns schon wieder an hier, das ist... Ja, warum auch? Im Pigness, oder was? Uns war's glaublich! Der hat jede zwei Stunden U-Bahn... Mach's gestern auch nicht im Pigness, gestern war Sonntagelden! Ach, ja? Aha! Mhm, als nächstes ist, äh, es ist für mir...s anders. Das... das, ja... Geht noch drauf, Mensch, Nitzkinder! Ja, Annie, mach halt noch weniger für dein... Sorry! Wegen dir, Alter! Entschuldigung! Wegen dir?! Alex, wohin ist die Ulti gefloot? Mit ihm, oder was? Das ist... ja... Wohin ist diese, scheiß Ulti gefloot! Der dukelachtig super! Aieah aieah soci I kill Pax Ich bin Authylus Und hab den Anker Duk Duk faul 곳 nicht mehr vom D-Kampf runtergehen schaue Ma an Mach was Alter D D D D D E D 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 Alter die hab wieder ausgeglichen man, was los mit uns Wir sind ein Pfeifenteam und vor allem der Duk Er ist das grüste Pfeifenteam unter uns Ja er ist sein Team alleine Duk ist Scheiße Mit zwei S Kein Scheiß Das hab ich hier, Alter Nein, Basal Oh Leid mit Schrimps Leid mit Schrimps Was laberst du? Der René hat's auch Krieg einfach mitjubeln Nautilus 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 Maestreet Du musst hier mal was beweisen, Studio Geht zurück die Idee ist abgastet die Gäste Eintracht diese Schöner das war absolut der rege der zweiten Rägen der Zertrecher der Zertrecher abgaben von der überwiegert ihre Paragraph abgibliegen gesehen bei einem Ziel der Ereignisse der Klinik und der größte Fäden der Klinik und die Konstantin Valentin Alex Support du musst du Christoph in der Stauber Mensch ist ein paar Hans-Roz ja das was sollen als Gott verdammt Alter, wieso wisch ich nichts mehr? Nein! Wieso ist mein Anker nicht lang genug? Kommt mal meine Eier aus Ich wusste ich den Heuer nehmen soll Na, naut die Lust, Alter, Sparwuchs Ist der vom Bauch? Wer von euch will das heiligen? Niemand? Oh Gott! Oh, Ulti gemacht? Cool, cool. Ah ja! Das gefällt mir. Ich hab ihn gegessen, aber es hat irgendwie nicht skippt. Natürlich, Alter! Warum muss ich immer sterben? Ist das nicht cool, meinst? Wo muss ich meine Ulti wieder von euch stacken? Was für Best-Ulti-EU? Weiß ich nicht. Für dich nen Skalik. Ja, die war schon ziemlich nah dran, aber... Jetzt bin ich wieder klein, aber die Besten-Ulti-EU. Ich bin wieder Hohensohn schon grad. Oh, warst schon mal in Nordzone. Ich war grad eben noch dreifach so groß. Okay. Oh, das muss weg. Okay. Cool, cool, cool. Cool. Goddammit! Ja, das muss weg sein! Mein Pony ist always-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Ich hab mir jetzt gefallen. Ihr habt ihr ins Gesicht gepickt. Ja und? Ja, machst du es doch so aussehnlich, oder? Mein Gott, Alter. Ich hab euch auch darum gebeten, ja. Gut. Ganz eure Schuld war es ja deine Faust. Ich kann auch mal anfangen. Also mit dem Grab. Aber muss halt... Ich meine, ich ziehe mich ja auch zur Hälfte mit ran. Oh! Nein! Hallo, hallo! Nein! Okay dann halt, mein. Dann halt FEDGE! Ah. Ah Alex, hahaha! Bin ich halt gestorben, ja und? Hast du sein Leben gesehen? Ist ja nicht mehr feierlich. Wo ist denn Du? Ja, äss dich. Komm ich äss dich! ich habe ich habe ja in den Niemann Weltberg gehen stand er wirklich jetzt machte er kann ja so ein Pettagel aus ich hab nie eingesehen ja doch habe ich vermieden da haben wir auch schon aber ich habe mir gedacht warum nicht mehr ich bin ja bloß ich ja ne warum man nicht das ist doch mir auch nicht anscheinend ich habe auch die Erinnerung ist jetzt noch zu wissen Jürgen... Jürgen kaufst du dir.. Ja.. Agile, keine Ahnung Jürgen kaufst du dir.. Jürgen kaufst du dir.. Ja, okay, gut.. dass er das sagt.. sonst hätte ich das gekauft Ja, ich weiß nicht, ich kann's schon machen Kaufe ich mir einen dop Mach ich das? Mach ich das oder wie? Ja, du machst das Ach, du willst du Jürgen, du kannst es am besten von uns Jürgen, du weißt wie das verzeichnet Aaaaaaaaa Leck mich doch im Hammer Weicht wohl im Hammer weklsch укés 그의 흑에 Es sie에 날 Sociux Pfff, die hat er mal schreckt. So habt ihr keine Reimarschrecken. Ja, und wie geht ihr denn auch scheißen? Ja gar nicht. Schön, wenn ich komme, der schmerzt nicht. Ja. Ich guck mich schon manchmal an, das freut sich die anderen. Hauptmuch kräft mich, Alter, ist das dumm oder was? Ja, ich würd sagen, da wird bloß so ein wie so'n Behinderter. Spassfreude, sonst keiner mehr. Habt ihr mich nicht erwischt, Alter? Ich hab schon durch den Kiel geglaubt, ich bin ein Arschler. Habt ihr gerade zweimal hintereinander irgendeinen gebrabbt? Machen wir öfters. Haben wir schon etwas nachfessen. Nein. Schon wieder eine bestes Brack EU, Alter, ich schau. Komm sie nicht weg. Komm sie nicht weg. Best Blitz EU, Alter, bester Supporter, jemals gesehen hab ich. Ja, du, ich wollt keinen Kett. Ja, Ezreal, komm doch. Einmal hast du was für Dicke Eier, he? Ich hab' ich ja meine... Pudelsprats, Alter. Ähm, man weiß wie's läuft. Ja, ich kann dir ja nicht so gut strappen, das ist so... Ja, ich war ja dufennig dort und wollte empfeilen. Okay, ich hab' das nur Ulti, oder? Nee, gut. Hilfe! Hilfe! Scheiße. Oh, ich hab' gestumpt, aber irgendwie hat er dann... Meiner muss zuhauen. Nein! Nein! Sorry, früher ging's nicht. Eieieiei! Ihr ist mir! Ihr ist mir! Ihr ist mir! Von dir ist mir? Nein. Mir ist dir! Mir ist mir. Arschloch. Wichtig, richtig. Ich muss... ...lutsch mir die Eier. Kann ich ja. Nein, nein. Wir dienen dich, Jürgen. Immer. Nein. Söhner. Tot. Tschöp, der Kinn. Lauf, Alex, lauf! Willst du sterben? Lauf doch, Alex! Lauf! Lauf! Alex, lauf! Los, Penta! Penta, Alter. Was ist los hier? Lauf! Lauf! Lauf, Alex, lauf! Ja, das passt schon wieder. Alex, du bist weiterlaufen. Hä? Nimm... Ömer, nimm des Ding! Ich weiß nicht. Ich hatte einfach keine Lust weiter zu laufen. Deswegen bin ich einfach gestinkt. Alex, lauf! Du? Wenn ich mal Glück fertig hatte, wäre ich eigentlich am direkt worden. Ich würd' dich, so am, doem, 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 alter! Am, doem, 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 doem! Nicht sich zufrieden! Was willst du, Alter? Komm doch her! Ich hab' die AATCH! Ich komm, wir sind ganz zurück! Doppeltötung. Für das grüne Team. Oh yeah. Ich wollte den Killner, deswegen habe ich mich extra nochmal weggedreht. Wie ein Künstler. Warum hat er sich geflasht? Wollte die was halten. Ich glaube es auch. Er bricht dich gar nicht rein. Ich glaube der stirbt trotzdem. Ja natürlich. Nein! Warum muss der zur Seite laufen? So einen Millimeter. Aber wir haben ja immer noch den besten Damage-Chiel aus dem Team. Ich komme. Besser Damage des Lernerges. Nein! Mich? Jaja. Ja, ist klar. Ich natürlich. Alter, diese Bombe hat das ganze ziemlich tief fest. Hier ist der Wind- und vorne ist. Vorne und hinten. Gute in dein Gesicht! Ich bin Eiblitz, Blitz, Blitz! ha 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 ha! icismplein sh ju wiii whi magazine befst du's doch! Es auf! Hilde! ist nicht wert! hör mir zu! hör mir zu! alter, wer schreit mich gerade die ganze zeit voll eC ich ah wie schmeckt recently die ganze zeit ¡Ah! vebek gehe ich watches Ja, dann wieder wegflaschen, he? Mann! Gott, vornommen, 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 vornommen! Wirst du mich verhaschen? Ja. Ich hab ihn so umsonst geomnohmt. Ja, das schaut so aus. Tut mir leid. Oh, nein. Wär aber cool gewesen, wenn er keine Flash gehabt hätte. Warte mal, ich mach mal Usi auf den... Nein, baue ich nicht. Cool. Ich wollte es auch gar nicht. Nein, ich wollte meine Usi nicht machen. Ist schon cool. Hab schon gemeint. Runter, runter! Ich wollte sie doch nur essen. Niemand kommt an mir vorbe... Hallo! Die mich wollen immer. Nur weil ich wirklich Leben hab. Ey, ich hab sogar nen Kill. Ja, fiel dir dich halt selbst auf. Warte mal. Gott, verdammt, Alter. Das wär meiner gewesen. Das wär meiner gewesen. Mensch, scheiß. Oh, na, mein Team! Mein Team! Komm, jetzt musst du aber immer... Ich hab ihn gefunden haben. Was? Wir haben ein Team bauen. Das hat Sinn ergeben vor und hinten. Natürlich!